herzlich willkommen leute zu einem weiteren vlog auf diesem kanal ja ich bin gerade aufgestanden und bei uns gibt es heute morgen pancakes ich schneide jetzt wahrscheinlich gleich mal ein video und gehe danach wieder zum ben denn es ist zwar jetzt seit zwei tagen glaube ich sommerende gewesen aber irgendwie ist das wetter zurzeit übel geil gerade ist wieder komplett blauer himmel und sonne scheint und deswegen gehe ich heute noch mal zu ihm das übrigens ein super tipp für etwas interessanteres getränk und zwar statt einfach nur irgendwie wasser oder sprudel zu trinken schneidet ihr einfach noch ein streifen zitrone rein also ich meine gutes ist jetzt kein secret kochtipp den noch niemand kennt aber ist auf jeden fall viel besser als einfach nur wasser der ben hat mich eingeladen aufs boot und wir gehen dann im see schwimmen und so und deswegen ziehe ich mich jetzt kurz um aber natürlich in guter alter film magie und zwar ist es ganz einfach einfach in der mitte vom kleidungsstück ziehen genau so ja und das ging doch ganz schön schnell oder rufe bennern Ihr gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar bitte hinterlassen sie alle Ja ok super dann fahr ich jetzt los Oh mein gott leute diese scheißkamera ist mir gerade runtergefallen und es funktioniert noch alles ist nichts kaputt Ich glaube mein fahrrad ist so ein bisschen kaputt bin ich ganz sicher sieht nicht gut aus Leute der ben hat mich jetzt einmal nicht geprankt ich wollte eigentlich schon wieder pranken bin ich sehr froh über So ich habe jetzt glaube ich zum ich weiß nicht wie viele mal mein fahrradreifen aufgepumpt aufgepumpt ich glaube ich muss den mal zur reparatur bringen Oh Oh ist das kalt oh mein gott Ich habe es nicht Spaß 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 So also wir sind jetzt hier in Bens Tiefgarage das war glaube ich ein sehr schöner Abend Ich bin ein bisschen länger geblieben als eigentlich erwartet morgens wieder Schule aber bis dahin würde ich sagen auf Wiedersehen Ben Tschüss und ich glaube damit beende ich auch den Vlog von heute danke fürs zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder bis dahin Ciao